So hallo und alle zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute haben wir etwas Kleines am Start, denn es gab halt auch noch ein anderes kurzes Video und wenn es kurze Videos gibt, gibt es zwei. Ich habe was Nettes gefunden und zwar einen kleinen Mod, oder eine Mod, je nachdem wie die Leute es immer haben wollen, die ein wenig Öfen verschönert und ein wenig, ja, ein bisschen Spaß in das System reinbringt. Ich fand, ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie cool und zwar folgendermaßen, es gibt einen neuen Ofen, den man sich craften kann, mit Hilfe von Cleanstone einmal außen rumsetzen und wir bekommen einen solchen Furnace, der aus Cleanstone Pratsch gemacht ist und dieser hat einfach für die Optik ein bisschen bessere Geschichten. Pass auf, ich zeige es euch. Und zwar, wenn wir die ganz normal ersetzen, können wir da von außen sehen, was innen drin köchelt und das ist endlich mal eine vernünftige Ansicht. Das fände ich auch cool für normale Öfen. Ihr kennt ja winter schon aus manchen Mods so Kristallkisten, wo man sehen kann, welche einigen sie in den Kisten gelagert sind. Aber hier beispielsweise ist auch recht nice gemacht und zwar, wenn man Essen reinlegt zum Beispiel, sieht man dann unten einerseits die Art des Brennstoffes, dann oben das Essen und hier auf der rechten Seite finden wir dann praktisch das fertige Kochte, wenn es einmal durchgekommen ist und dann plopp, taucht das hier auf und man kann praktisch von außen genau sehen, was in welchem Ofen drin ist. Vorher hat man das Problem, dass man halt immer in jeden Ofen reingucken muss, ob noch was drin ist. Das sieht man von außen nicht. Mit diesen Öfen kann das vermieden werden. Ich kenne es, wenn man halt massige Öfen hat, dann geht man halt hin und guckt halt durch und hofft halt, war da noch was drin, war da noch was drin, war da noch was drin. Ne, war nichts mehr drin und dann holt man die Experiments raus und weiß ich nicht alles. Aber mit diesen Öfen, ja, ist das irgendwie verändert worden. Das heißt, man kann von außen einfach reingucken und sehen, was drin ist. Finde ich eine kleine praktische Sache, deswegen wird es auch eine kurze Wortverstellung sein, weil allzu viel mehr Umfang hat das Ding auch gar nicht. Ich wollte hier hinten nur noch mal ganz kurz einerseits mal Holzplanken als Brennstoff verwenden und unter anderem, was können wir nochmal nehmen? Wir können mal Koppels noch nehmen und den zu Cleanstone brennen, das gibt es ja auch. Das heißt, Holzplanken unten rein, müsste funktionieren, das ist ja ein Ofen, kannst ja Holz befeuern. Und Koppels dann oben rein und dann siehst du, ja, funktioniert. Wenn die natürlich brennen, wird dann logischerweise angezeigt, dass, ähm, da hat meine Grafikkarte gerade gemeckert und ich wundere, das kommt öfters vor. Ich habe gerade so überlegt, kam mir das nur so vor oder werden die Flammen kleiner, je niedriger hier das Ding ist. Aber ich glaube, das war nicht der Fall, weil manchmal kann man reingucken, manchmal kann man das nicht. Aber letzten Endes ist es doch eigentlich eine schöne Angelegenheit, wenn man da so steht und dann alles so schön aussieht. Ich kann jetzt den Platz machen noch und, äh, ja, ist doch ein schönes Thumbnail auch. Kann ich vielleicht noch einen Tacken runtergehen? Wunderbar aufs Bild. Achtung, äh, so. Okay. Dann, äh, ja, so funktionieren die Dinger. Das war einfach cool. Und ich habe den auch nicht in meiner Liste mit drin, ich versuche ja eigentlich, eigentlich hatte ich geplant, alle möglichen Mods abzuarbeiten, die es überhaupt gibt. Und, äh, ich komme halt nicht dazu auf Dauer. Die komplexen sind auch ziemlich viel Arbeit, sich da mal reinzulesen. Deswegen braucht es immer so ein bisschen Zeit, aber ich gelobe Besserung. Ich probiere es immer wieder, was zu machen und jetzt heute war halt mal wieder ein kleiner Mod dran. Habe ich bei Zufall gesehen und ich fand den einfach nice, weil jetzt weiß ich immer genau, was drin ist. Rausholen, kriegst du auch Experiencen, alles logischerweise. Und dann verschwindet das, was hier drin ist. Ich kann hier das Eisen rausholen, verschwinde das. Oder verschwinde das. Verschwinde das. Und man sieht halt genau, was wo drin ist, ob es brennt, welcher Brennstoff drin ist und wenn was fertig ist. Ist doch praktisch unbezielt natürlich auch, wenn Brennstoff fehlt. Also wenn Brennstoff fehlt dir beispielsweise, wird das Feuer halt logischerweise ausgehen und, äh, die Dinger sind trotzdem noch hier drin. Und dann kannst du genau sehen, was wo und wie fehlt. Schön. Einfach so eine Kleinigkeit, eine kleine Verbesserung. Und ja, nichtsdestotrotz. Coole Sache, denke ich. Dann wäre es auch schon gewesen mit dieser kurzen Mod-Fachstellung. Heute gab es ja noch ein zweites Video, was mir auch interessant sein könnte. Schaut da auch nochmal vorbei. Ansonsten sieht man sich demnächst. Und, ach genau, falls ihr gerne an Mods oder an Mods interessiert seid, guckt mal in die Playlist. Da gibt es über 100 Mods, die ich schon vorgestellt habe. Könnt ihr einiges eventuell von lernen. Gut, dann bis demnächst. Lass krachen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.